Servus, FCA-Fans. Willkommen zu einer neuen Challenge. Heute mit Josu. Wir machen von jeder Entfernung, wo ein Hüftchen steht, direkter Ball ins Tor. Wer am Ende mehr Ball ins Tor gebracht hat, hat gewonnen. Der Verlierer macht zwei Sechzehnerläufe. Wer fängt an? Der Ältere. Der Ältere startet. Darf ich? Jetzt zittert er schon. Der war knapp. Der war gezittert. Jetzt wird es schon ein bisschen anschlussvoller. Ganz entspannt. Ah, okay. Nicht schlecht. Läuft doch, oder? Ja, jetzt wird es schon schwieriger. So ein Sprungteich. Schöne Grüße gehen raus an Demi und Elvis. Der ist für euch. Zählt. Zählt der? Der war doch hinter der Linie oder nicht? Hinter der Linie zählt. Der darf nur vor der Linie nicht auf. Okay. Z.B. wie jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich den so weit bringe. Hauptsache Richtung Tor. Nicht schlecht. So, der ist für Mert. Der hat doch seinen 18. Geburtstag. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Ist zu hoch. Machen wir denn nochmal den letzten? Oh, die habe ich fest, glaube ich. Soll ich nochmal Grüße ausrichten? Ja. Der ist drin. Hinter der Linie. Ja, da braucht man das Video. Auf gar keinen Fall. Ganz klar vor der Linie. Wenn du willst, ich wiederhole ihn nochmal. Ja, Männer. Dankeschön. Der war hinter. Ganz klar hinter der Linie. Nein. Von der Länge hat er gefallen. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Was erwartet ihr? Was soll ich euch sagen? Verlierer zuerst, oder? Ja, ich muss dann wohl laufen. Ich muss eh ein paar Meter sammeln. Ich war acht Wochen verletzt. Ich glaube, das passt. Also, gehen wir. Ich habe nochmal wehgetan hier. Ja. Er zieht nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, oh, 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 oh. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.